Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ich weiß, you're welcome heißt eigentlich sowas wie gern geschehen, trotzdem möchte ich das als Begrüßungsphrase heute benutzen und sage, you're welcome an meine zwei Kollegen Dominik und Melanie. Hallo ihr beiden. Hallo. Voll gerne. Disney-Fans werden es alleine schon durch you're welcome gewusst haben und natürlich, weil ihr lesen könnt und es steht in der Headline, wir reden über Vajana 2, der am 28. November 2024 in den deutschen Kinos startet. Ein Film, auf den ja viele gewartet haben, wie so oft bei Disney, aber auch ein Film, der eine interessante Entstehungsgeschichte vorzuweisen hat, denn, dass dieser Film erscheint, ist relativ neu, denn im Februar diesen Jahres erst, hat Disney angekündigt, Leute, wir haben nochmal gesagt, dass wir an der Vajana-Serie arbeiten, wisst ihr was, haben wir sein gelassen, wir haben aus der Serie jetzt einen Film gemacht. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass die zwischen Ankündigung eines Films und dem Release eines Films so zwei bis teilweise fünf Jahre sind und jetzt waren es wirklich nur so ein paar Monate. Melanie, wie hast du das damals wahrgenommen? Warst du überrascht, als plötzlich, das heißt übrigens, in knapp einem halben Jahr kommt Vajana 2? Ähm, es wundert mich irgendwie nicht, weil Disney irgendwie, ich weiß, ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass man halt verzweifelt versucht irgendwie halt, also das ist ja sowieso bei denen auch das Jahr von den ganzen Sequels gewesen. Ähm, deshalb, ja, hat mich jetzt gar nicht mal so gewundert, weil Vajana hat wahrscheinlich sehr, sehr gut funktioniert, also holt man jetzt quasi das Sequel an Land, aha, und, ähm, ja, äh, vorhersehbar. Dominik, wer vor dir ein paar Sachen gehört, aber am Telegramm-Tisch, der weiß, dass du Disney ja durchaus kritisch gegenüberstehst, gehe ich recht in der Annahme, dass du wahrscheinlich auch eher mit den Augen gerollt hast, als es hieß, wisst ihr was, die Serie lassen wir sein, wir machen daraus einen Film? Also überraschend ist es nicht, äh, die hatten ja die Serie angekündigt und, äh, ja, die Gründe dürften auf der Hand liegen, äh, also klar, natürlich will Disney möglichst viele Leute auf den Streaming-Dienst locken, aber wahrscheinlich haben sie festgestellt, erstens, oh, Vajana 1 ist schon ein bisschen was her, es hat jetzt wahrscheinlich auch bedingt durch Pandemie etc. länger gedauert als geplant und, äh, dann natürlich eben die Tatsache, dass man mit einer Disney-Plus-Serie lange nicht so einen Bass erzeugen kann, wie mit einem Kinofilm. Äh, und, äh, dann hätten sie natürlich noch überlegen können, den nur auf den Streaming-Dienst zu bringen, aber da ist dann auch, Streaming-Filme werden längst nicht so wahrgenommen, selbst wenn es große Namen sind, wie große Kinofilme. Und, äh, ja, überraschend ist es für mich nicht, aber ich sag ganz ehrlich, äh, bis, äh, vor, äh, ein paar Tagen kannte ich von Vajana nicht, äh, sonderlich viel und den ersten Film hab ich jetzt nur für diese Pressevorführung extra nachgeholt. Also, Applaus, äh, gibt später. Verdienen die eigentlich mehr an einem Kinofilm, als wenn die den jetzt auf Disney-Plus zum Beispiel als Film oder Serie releasen? Ja, schon, tendenziell mehr. Ja, weil die müssen ja auch was abgeben. Genau, also, in der Regel ist es so gehandhabt, dass du, glaub ich, am, in den ersten zwei Startwochenenden, äh, glaub ich, kann Disney bis zu, glaub ich, 50 oder 55 Prozent der Einnahmen einsacken, danach wird's ein bisschen weniger. Was eben aber auch nicht vergessen darfst, ist, dass du damit ja auch einen gewissen Ruf dir erarbeitest, ja. Also, Disney hat ja gerade im Animationsbereich diesen Ruf dieses, dieses Markenplayers. Also, dass, dass ältere Leute wie ich und Dominik werden es noch wissen, es gab damals wirklich die Zeit, da war es Tradition, an Weihnachten kommt der neue Disney-Trickfilm raus, hieß es damals noch. Ja. Das ist so ein bisschen, bisschen verschütt gegangen. Das kommt jetzt aber immer wieder, auch so durch Hits wie Frozen. Und Disney hat es ja wirklich auch geschafft, in den letzten Jahren auch wirklich mit diesem Film auch, ich sag mal, virale Hits zu machen, auch durch die Songs. Ich möchte hier an diesen, äh, We Don't Talk About Bruno erinnern, von dem Kanto, der wirklich, äh, durch die Decke ging, äh, die beiden, äh, Eisprinzessinnen und Eisköniginnen-Filme, die hatten ja auch immer Songs von was. You're Welcome im ersten Mal, Jana war auch ein Riesenhit. Mhm. Also ich glaube, dass du mit einem Kinofilm einfach auch länger im Gedächtnis der Leute verhaftet bleibst. Und, ähm, Dominik hat jetzt den ersten Teil zum ersten Mal gesehen, dazu muss man auch ganz klar sagen, Dominik ist nicht das Zielpublikum. Und bei Jana war 2016 wirklich ein großer Erfolg. Und was ich damals auch wirklich ganz schön fand, der spielt auch in einem Setting, der für so einen Disney-Märchenfilm auch eher ungewöhnlich ist. Also dieses italianische Polynesien ist es, glaube ich, das war damals wirklich was komplett Neues, äh, in der Art. Und es war einfach auch immer schön, so ein Abenteuer-Märchenfilm zu sehen, der halt wirklich so ein südländisches, sonniges Setting hatte. Also das fand ich damals sehr angenehm. Und war dann auch ein bisschen erfreut, dann zu erfahren, okay, es gibt eine Fortsetzung, das war jetzt nach dem Erfolg des ersten Teils auch nicht so überraschend, äh, und dass diese halt ins Kino kommt. Und ich bin halt tatsächlich immer mehr für Kino als für Streaming. Und ich bin mir auch sicher, dass Vajana 2 dieses Jahr so mit dafür sorgen wird, dass Disney wirklich die Korken knallen lässt. Denn wir hatten alle Schickkopf 2 mit, glaube ich, 1,7 Milliarden. Dann hatten wir Deadpool Wolverine mit 1,3 Milliarden. Und auch wenn ich es mir nicht wünsche, ich kann mir auch vorstellen, dass der Mufasa-Film, der jetzt kurz vor Weihnachten start, auch nochmal erfolgreich wird. Also die Aktionäre von Disney werden sich freuen. Die Frage, die sich jetzt bei uns stellt heute hier, ist, freuen wir uns denn, dass wir jetzt Vajana 2 sehen konnten? Und um dieser Frage nachzugehen, müssen wir erstmal im Groben klären, was ist denn die Handlung von Vajana 2? Und die Melanie hat die grobe Antwort wahr. Ja, also es geht im Prinzip einfach darum, dass, also Vajana bekommt so einen unerwarteten Ruf ihres Vorfahren, sie muss wieder aufbrechen, um letztendlich Völker oder, also wir sehen ja, dass sie so auf einer Insel wohnt und wir haben jetzt nicht mitbekommen, dass es groß irgendwie Nachbarn gibt, sage ich mal. Und es geht quasi darum, halt fremde Völker, fremde Stämme zu finden und halt letztendlich wieder die Insel zu retten, weil man das irgendwie muss, warum auch immer. Und ja, man versammelt dann auch diesmal so eine kleine Gruppe, also sie ist diesmal nicht alleine und sticht dann in See und trifft dann vielleicht auf alte Bekannte und ja, das ist letztendlich so das grobe Abenteuer. Dominik, hattest du beim Verlassen des Kino das Gefühl, dass du noch gemerkt hast, dass da noch so ein bisschen Serien-DNA übrig ist oder hattest du das Gefühl, mal unabhängig davon, ob es dir jetzt gefallen hat oder nicht, aber hattest du das Gefühl, vielleicht doch, okay, das ist ein richtiger Film? So teils, teils. Also sie haben, glaube ich, schon auch versucht, an manchen Stellschrauben zu drehen, aber man merkt es schon, dass das eigentlich mal irgendwie, also so rein dramaturgisch, schon anders angelegt war. Auf der anderen Seite hat es mich aber gewundert, dass der Film, also wenn das mal in der Form jetzt wirklich dann eine Serie war, also es ist halt die Frage, wie viele Folgen die ursprünglich haben sollte. Ich könnte mir vorstellen, so sieben oder acht, vielleicht hat man dann sogar was weggelassen, weil wir haben ja, also hat ja Melanie gerade schon erwähnt, wir haben ja doch ein paar neue Charaktere, die jetzt so eine, ich sag mal, fast schon Patchwork-Crew irgendwie bilden um Vajana herum. Und ja, die sind eigentlich, also für mich waren die eigentlich nur Lieferanten für Gags. Die hatten keine wirkliche Tiefe und da war jetzt auch nicht die große Identifikationsmöglichkeit für meiner einer. Und ja, vor allem auch so dramaturgisch, merkt man es, wobei der erste Teil ist auch schon relativ episodenhaft erzählt, wie ich finde. Und der zweite, ja, der hat jetzt insbesondere dann eine Episode, die eigentlich so richtig ins Leere läuft, um dann mehr oder weniger Staffel 2 Schrägstrich Film 3 anzuteasern, wie ihr ja schon meintet. Ich hab leider, leider, leider die Post-Credit-Szene verpasst, die es gibt. Leute, der Mann war so schnell aus dem Kino raus, das glaubt ihr nicht. Ja? Melanie, hast du noch das Gefühl gehabt, dass du noch Überreste einer Serie wahrgenommen hast? Ja, irgendwie ja, weil ich fand einfach, das Pacing war irgendwie ganz komisch. Also, ich saß auch nachher im Auto, fuhr so die Autobahn nach Hause und ich war so, hä, was war das jetzt? Ich hab die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich jetzt irgendwie nicht greifen konnte. Ich hab irgendwie voll das Problem mit diesem Film, dass ich ihn nicht richtig, ich versteh nicht richtig, was ich gesehen hab, weil mein Problem war irgendwie, ich hab die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass nichts passiert und dass jetzt noch was kommt. Und plötzlich hab ich realisiert, dass ich gerade das Finale gesehen habe. Und ich war so, hä? Ja, wirklich mir auch. Und, aber das, also, du meintest jetzt zum Beispiel, Dominik, dass es für dich ewig war. Für mich war es aber, ich hatte das Gefühl, der Film ging nur eine Stunde und es kommt jetzt jeden Moment noch was und wir sind gerade noch am Aufbau. Bis ich dann realisiert habe, ach okay, das war jetzt der tiefe Fall, den wir hier gerade gesehen haben und jetzt kommt das Ende. Jetzt kommt wieder so dieser, dieser Turn, wo wir wieder unsere Kräfte sammeln. Aber das war alles so, ich hab das nicht verstanden. Ich saß am Ende da, war so verwirrt, weil ich mir so dachte, hä? Hä? Also, es war irgendwie ein ganz merkwürdiges Erlebnis und ich merke auf jeden Fall, ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, das könnte jetzt eine Folge sein, das hätte jetzt vielleicht eine Folge sein können. Also diese ganzen Sidequests, die man natürlich irgendwie auch aus dem ersten Teil kennt, aber da fand ich das Ganze irgendwie letztendlich viel organischer. Also irgendwie hat das alles ein bisschen mehr Sinn gemacht, irgendwie ein bisschen, hat so die Prise Spaß reingebracht und vor allem hat es auch so ein bisschen geholfen, so die beiden Figuren, also so Vajana und Maui zu erzählen und so ein bisschen dieses Hin und Her zwischen den beiden herzustellen und hier, wie gesagt, was du jetzt auch gerade meintest, Dom, mit dieser einen Figur jetzt, also irgendwie, ich verstehe diesen ganzen Film irgendwie von, allein von seinem Plot her nicht. Also ich verstehe ihn schon, aber ich weiß nicht ganz, was das alles sollte so. Ja, der erste Teil war für mich halt so eine polynesische Odyssee. Ja. Also man kann das Episoden nennen oder halt einfach so Stationen, die man abarbeiten muss oder erkunden muss und das versucht der zweite Teil halt auch, aber alleine dadurch, dass der, warum auch immer, der am Beginn dieses Boot, dieses Kanu, voll besetzt mit irgendwelchen Figuren, aber dann nicht wirklich weiß, was er mit denen anfangen soll, macht das Ganze schon ein bisschen seltsam. Und ich weiß die Namen auch gar nicht mehr. Ich weiß, der eine ist ein Botaniker, der andere ist ein Geschichtenerzähler und dann gibt es auch die Erfinderin, die aus, warum irgendwelchen Gründen das Boot immer kaputt macht. Keine Ahnung. Und das Schlimme war, die Figuren fand ich nicht nervig oder schlimm, aber sie war mir auch ziemlich egal. Ja. Und die haben auch für mich einfach sehr viel Fokus von der eigentlichen Grundhandlung abgezogen und vor allem auch von den Hauptfiguren. Und ich fand es auch seltsam, was heißt seltsam, vermutlich hatte Joanne Johnson viel zu tun, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass Maui, auch wenn er eine wichtige Persönlichkeit ist und auch was Wichtiges tun hat, aber ich hatte das Gefühl, dass er hier mehr so die zweite Geige spielt. Und dabei war er ja im ersten Teil, okay, im ersten Teil brauchte er auch eine gewisse Zeit, bis er auftaucht, aber dann war der jedes Mal wichtig und wurde auch gebraucht. Beim zweiten Teil gab es Momente, wo ich mir wirklich dachte, sag mal, was machen wir gerade eigentlich hier und warum sollte mich das interessieren? Und ich habe auf beide Fragen selten eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Ich finde allein schon die Prämisse irgendwie so, warum passiert das Ganze jetzt? Also im ersten Teil habe ich verstanden, warum das Ganze passiert. Weil wegen, wie hieß sie? Tefiti? Tefiti? Tefiti, ja, ja. Deshalb ist ja die Insel am Aussterben gewesen im ersten Teil. Und im zweiten Teil wird uns das irgendwie auch so erzählt, es passiert irgendwas Schlimmes, aber warum? Keine Ahnung. Also das habe ich alles, diesen ganzen Fluch habe ich nicht richtig begreifen können. Am Ende des ersten Teils sind sie doch dann eigentlich auch alle so zur Seefahrt zurückgekehrt. Also in der Schlussszene des ersten Teils, das hatte ich noch so parat. Ich hatte den ja kaum 24 Stunden vorher gesehen. Ja, stimmt. Und davon ist hier irgendwie auch nicht viel übrig. Also da denkt man sich dann auch so, warum säget die jetzt komplett alleine los? Warum nehmen sie nicht irgendwie eine Flotte mit mehreren und so? Und ich muss dazu sagen, ich habe noch gar nicht jetzt wirklich gesagt, also den ersten Teil fand ich so okay, aber auch irgendwie ein bisschen egal. Also technisch beeindruckend, keine Frage, aber inhaltlich so ein bisschen meh. Und deshalb war ich jetzt, als ich mir danach die Trailer angesehen habe zum zweiten, war ich sogar fast ein bisschen hoffnungsvoll, weil ich mir dachte, so diese Chaos-Crew um sie herum, das könnte ein bisschen für Kurzweil sorgen. Aber die sind halt wirklich, also das hat mich teilweise schon an die Ice-Age-Filme erinnert, die noch mehr Charaktere reinstopfen. Aber selbst die haben zumindest, also da hat jede Figur zumindest so einen kleinen Arc und hier sind die einfach nur so dabei. Und du merkst auch ganz genau, wie sie das halt durchkalkuliert haben. Du hast halt eine andere weibliche Identifikationsfigur. Dann hast du den Boomer praktisch, also von wegen, der soll irgendwie die ältere Generation abholen. Was war noch? Der junge Typ, der ist so ein Fan-Bäuber. Der ganze Film ist halt wirklich durchzogen von so Nebenfiguren. Selbst wenn sie nicht auf die Reise mit der geht. Du hast halt dieses komische Huhn, dieser kognitiv beeinträchtigte Haar, dieser Hai-Hai. Dann hast du so ein komisches Schweinchen. Dann hat Vajana auch noch so eine kleine Schwester, die auf süß und blödlich getrimmt ist. Das ist alles ganz nett, sag ich mal, um so sechsjährige abzuholen. Aber ich als jemand, der die sechs Jahre schon ein bisschen hinter mich gelassen hat, stellte mir ja die Frage, was soll das alles? Weil es für mich den Film nicht wirklich aufwertet, ihn einfach nur vollstopft. Aber er verpasst dabei auch nur irgendeine Art von Progression mir vorzulegen. Und was ich halt auch schade finde, du hattest beim ersten Teil auch so Sachen, die so ein bisschen was Außergewöhnliches hatten. Also diese Riesenkrabbe, die dann so eine Glamrock-Nummer abzieht, das war toll. Das habe ich so noch nicht gesehen. Jetzt beim zweiten Teil habe ich jetzt nichts wirklich für mich entdeckt, wo ich dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Oder wow, das ist mal was anderes. Das war ein sehr, ja, ich möchte sagen, standardisiertes Sequel, wo sie genau gesehen haben, okay, das hat beim ersten Teil gut funktioniert, das machen wir nochmal. Deswegen gibt es jetzt mehr von diesem, zum Beispiel von diesem Hahn, ja. Und natürlich, Dren Johnson als Maui muss dabei sein. Aber es ist ihm komplett abgegangen, eine für mich spannende, organische und progressive Geschichte zu erzählen. und kleines, kleiner Funfact am Rande, mal intern. Wir haben uns gerade hier zusammengefunden, wir haben alle drei den Film heute geguckt und unsere Sichtung ist, lass es sechs Stunden her. Ja. Und wir haben gerade zu drei Mann, oder zwei Mann und eine Frau, pardon, wirklich lange überlegen müssen, warum ging es da jetzt eigentlich nochmal? Und wenn du diesen Gedankengang hast, bei einem Film, den du gerade mal vor ein paar Stunden gesehen hast, dass das, also entweder sind wir alle ein bisschen dement, weil ich nicht glaube, oder aber der Film ist einfach nicht gut erzählt. Ja, oder es waren einfach zu viele Fragen. Ich finde ihn einfach belanglos, belanglos das Wort. Aber einfach so, ja, also einfach, da ist halt nichts, was, also woran man sich groß auch erinnern muss. Mhm. Es ist halt wirklich, also ich weiß nicht, wie so eine Zeitschrift, die du so liest, so in einem Wartezimmer. Beim Arzt. so ein bisschen, die Apotheken unbeschleun. Ja. Und die Songs sind die Musik aus dem Radio, die dabei läuft. Ja. Ja. Aber Songs ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon gesagt, der erste Teil hatte wirklich ein paar sehr schmissige Songs, gerade You're Welcome. Mhm. Beim ersten Teil war ja auch Lin, Manuel Miranda, dieser Hamilton-Typ mit involviert. hat er das Gefühl überall. Beim zweiten Teil nicht mehr. Die haben neue Songautorinnen engagiert und ich sage es gleich vorweg, ich bin eigentlich der falsche Typ für sowas, weil ich einfach kein Musical-Expert oder Fan bin. Aber selbst ich fand You're Welcome wirklich toll. Selbst ich musste da mitwippen und habe da so in mich reingesungen. Aber jetzt bei der Fortsetzung saß ich da und dachte, oh, jetzt kommt der Song. Fünf Minuten später, gut, der Song ist vorbei, weiter geht's. Das fand ich leider musikalisch jetzt nicht katastrophal, aber ich bin da nicht wirklich mitgegangen. Ich fand diese Songs sehr, ja, ich sage es mal wieder, redundant. Das Wort, was uns, glaube ich, schon jetzt einige Zeitpunkt leitet. Melanie, was sagst du zu der Musik? Ich würde sagen, ich mochte zwei Nummern. Also ich bin, ich bin ein Musical-Fan. Ich habe zwei Nummern jetzt so beim Hören, also beim Sehen mir so quasi abgespeichert im Hinterkopf, wo ich so dachte, okay, könnte ich mir nochmal nachher auf Spotify anhören und mir mal eine Disney-Musik-Playlist eintun. Yay. Aber, und das wäre halt, das ist halt das einzig Gute an dieser einen Figur gewesen, die theoretisch dann irgendwie nichts groß gemacht hat. Ich fand ihre Musical-Nummer sehr toll. Also, weil die Stimme, die war, die war sehr nice von der Frau und ich fand eigentlich auch die Maui-Nummer gar nicht so schlecht. Ich finde, die hatte was. Natürlich jetzt nicht so gut wie You're Welcome, das stimmt natürlich, aber die fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Den Rest habe ich direkt vergessen. Ja, die Nummer von dieser neuen Figur, die dann eigentlich fast nur einen erweiterten Cameo hat, da merkst du auch ganz genau, sie wollen dieselbe Strategie in Anführungsstrichen nochmal auffahren wie bei der Krabben-Geschichte im ersten Teil. Aber das funktioniert hier deutlich schlechter, weil diese Figur taucht halt auf und ist letzten Endes nur Teaser für den nächsten Teil. Also es läuft nirgendwo hin und das ist schade, weil die Sequenz an sich, die fand ich gar nicht mal schlecht. Das war irgendwie wirklich so ein Hybrid aus den Auftritten. Also mich hat es auch sehr irgendwie an Ursula erinnert, aus Ariel zum Beispiel. Die Figur war sehr interessant. Ja, und dann tauchte die nie wieder auf. Ich dachte mir, okay, weil ich hatte jetzt auch gerade nochmal ein bisschen rumgegoogelt und da stand dann irgendwie auch, oh ja, ihr seht auf dem Poster die neue Antagonistin des zweiten Teils und ich denke mir so, äh, ja, okay. Die ist so ein, ja, es ist ein Versprechen, was dann irgendwann mal eingelöst wird. Ganz toll. Also, und das ist so schade. Wer war denn jetzt richtig der Antagonist eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, wenn du nicht das fragst, dann haben wir da auf die Sache zurück mit, ist der Film gut erzählt? Und das ist, glaube ich, wieder die Antwort, nee, ist er nicht. Also, er ist nicht überkomplex erzählt, du verstehst das auch alles, ne? Also, es ist nicht so, ich verstehe das Grundprinzip nicht, aber es fehlt halt sowas, das dich mitreißt. Es fehlen Spakes. Also, genau. Ja. Und er wirkt auch irgendwie motivationslos und ambitionslos erzählt, wie so eine Pflichterführung. Und wir müssen es halt irgendwie jetzt schaffen, dass Vajana irgendwie wieder aufbricht, ein Abenteuer erlebt, wie kriegen wir das hin? Und das ist schon ein bisschen, ja, ich würde fast schon sagen, ein bisschen faul gelöst. Ja. Ja, da merkst du es. Nicht falsch. Wenn ich sechs Jahre alt wäre und selbst mit meiner Mutter da im Kino, kurz vor Weihnachten, dann hätte ich das, glaube ich, toll gefunden. Ne? Also, das ist jetzt kein, ich möchte mal auch in den Lanzen für den Film brechen, der ist nicht furchtbar. Disney hat in über 100 Jahren wirklich schon schlimmere Sequels. Oh, ja. Und wenn man bedenkt, dass der ursprünglich auch als Serie geplant war, der sieht schon auch echt gut aus, finde ich. Ja. Aber narrativ ist der halt für mich leider ziemlich, ja, versagt da auf ziemlich vielen Ebenen. Ich muss für die Inszenierung tatsächlich eine kleine Lanze brechen. Ich war von dem ersten Teil auch dahingehend ernüchtert, weil der war unter der Regie von zwei wirklichen Disney-Urgesteinen. Also hier John Musker und Ron Clemens, die ja wirklich Ariel die Meerjungfrau, Aladin etc. inszeniert haben. Die können es einfach und kamen dann ja auch mit Küss den Frosch und so weiter zurück. Und bei dem ersten Teil hatte ich das Gefühl, dass sie sich ein bisschen sehr in der Technik irgendwie gesult haben, in den Möglichkeiten. Und jetzt hier ist ja wirklich ein Regie-Triplett am Werk gewesen. Ich nehme mal an, die durften die dann jetzt mal eben so zusammen, also hast dich zusammenflicken, den Film. Und ich fand den von der Inszenierung, also vom Pacing her kann man drüber streiten, aber von der Inszenierung, so von visuellen Ideen her, fand ich den dahingehend eigentlich sogar fast ein bisschen kreativer als den ersten Teil. Und der hat jetzt für mich auch keine Bäume ausgerissen. Ich fand das mit diesem Tattoo-Mini-Me von Maui ganz nett im ersten. Wobei das mit dem Huhn, das hat sich für mich echt schnell totgelaufen im ersten. Und hier hat es für mich irgendwie gar nicht mehr gezündet, bis auf ganz wenige Stellen. Ich muss ehrlich mal sagen, dass ich beim ersten Teil es gar nicht mitbekommen habe, dass dieses Huhn, dieser Hahn, dieser Haihai, so ein Kult-Following hatte. Weil ich dachte, okay, das ist halt so ein komischer Hahn. Der ist halt da, um in einer Stunde eins, zwei kleinen Lacher zu generieren. Das war's. Aber dass Disney den so prominent in der Werbung benutzt hat, das war mir gar nicht klar. Und ich finde es halt lustig, dass der wirklich komplett gesprochen wurde von Alan Tudor. Ja, was hat er denn gemacht, bitte? Das muss ja noch weniger gewesen sein als Vin Diesel bei Groot. Ja, also... Ich meine, der hat dem wahrscheinlich zehn Varianten von einem Groot eingesprochen. und dann hatten sie über Jahre Vorrat. Aber hier, Alan Tudor, was soll das? Keine Ahnung. Ja. Was ich eben auch schade finde, der erste ist nicht perfekt. Aber mit dem hatte ich meinen Spaß. Und vor allem, er wirkte auch so abgeschlossen. Und im Zweiten hatte ich das Gefühl halt einfach, okay, das ist so eine Franchisesierung, was hier gerade wieder vonstatten geht. Denn, kleiner Pro-Tipp, bleibt beim Abspann sitzen, da kommt noch was. Und dann werden vielleicht nicht ein paar Fragen beantworten, aber zumindest erfahrt ihr dann, sagen wir mal, diese eine Figur, die anscheinend so wichtig war und dann nie wieder aufgetaucht ist. Was ist mit der? Da bekommt ihr dann die Lösung. Und ich kann verstehen, dass sie es machen, weil letztlich geht es halt um Geld, um Kapital. Und die Aktionäre wollen ja auch zufriedengestellt werden. Und ich sagte schon, ich glaube, bei Yana 2 wird ein Erfolg. Und ich weiß nicht, was Dissi sonst noch plant. Also klar, es wird ja ein Live-Action-Remake wohl geben, wobei wir mal abwarten, ob es wirklich kommt. Aber es wird mit Yana wohl weitergehen. Und ich muss sagen, ich habe nichts gegen dritte Teile oder gegen Fortsetzungen an sich. Aber das war mir wieder so, boah, so diese, ich möchte halt nicht, dass aus Yana ein Marvel Cinematic Universe wird. Und ganz ehrlich, danach sieht es aus. Allein halt, dass sie diese Kokonuss-Monster aus dem ersten Teil in der Fortsetzung wieder reingebaut haben. Aber jetzt, kleiner, kleiner, kleiner Mini-Spoiler, erfährt man mehr über sie und sie werden so ein bisschen zu Freunden. Waren ja irgendwie echt ein bisschen faul und lang. Und dann macht man nichts mehr aus denen. Also, die kommen vor und ja, gut, bekommen ein bisschen mehr in Anführungsstrichen Backstory. Ja, und dann ist damit nichts mehr. Also, im ersten Teil war das zumindest noch eine halbwegs kreative Sequenz, eben mit deren Schlachtschiff da und so. Aber hier, ja gut, im ersten Teil muss ich dazu sagen, die wirkten für mich auch fast ein bisschen wie aus einem Videospiel. Ich hatte da sogar Vibes von Angry Birds oder so. Aber hier fand ich das ehrlich gesagt schlechter als im ersten Teil. Mich haben sie irgendwie erinnert, weil ich das gerade spiele an so eine komische Rasse im Videospiel von Nier Automata. Welch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das länger nicht mehr gespielt. Ach, ich habe vergessen, ich bin mir nicht mehr Fan davon. Okay, dann. Ach ja, stimmt, da war was. Ich habe es nie getockt, leider. Ihr seid echt schlimm. Ja, ich weiß. Was man auch noch vielleicht sagen sollte und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil aus Embargo-Gründen und Spoiler-Gründen, wir drei haben im Vorfeld ja noch einen anderen Film geguckt, der thematisch auch gar nicht zu Vajana passt, der aber halt wirklich saugut inszeniert gewesen ist. Ja. Und wenn du halt von so einem Film dann rüber wechselst zu Vajana, der, ich sag mal, im Rahmen seiner sehr hoch budgetierten Möglichkeiten eher zwangsmäßig, zwangsmäßig nicht, äh, helft mir auf die Sprünge, wie heißt das Wort? Zwangsläufig? Zwangsläufig, äh, notgedrungen. Notgedrungen, ja, willkommen bei Glücksrad. Wie heißt das Wort? Nein. Also, ähm, der ist halt, der hatte viel Geld, aber dafür, dass er so viel Geld, äh, hatte, ist er halt inszenatorisch dann doch eher ein bisschen, ja, ambitionslos, bieder, brav und sehr auf Sicherheit gedrillt, ne? Ja, ich fand da manche Ideen ganz nett, muss ich, muss ich jetzt sagen, also, von der Inszenierung fand ich den interessanter als den ersten, auch visuell, also, waren da schönere Ideen, hatte ich das Gefühl, aber, ja gut, das liegt vielleicht auch, also, das Problem ist wirklich dieser, dieser Plot, der irgendwie, also, zwischendurch habe ich so überlebt, bin ich, bin ich zu doof dazu oder hat der einfach nicht mehr auf den Rippen? Ne, ich glaube, der hat nicht mehr. Ja, Weil ich habe auch darüber heute nachgedacht im Auto und ich war so, hä, warum, also, allein dieses, dass ich nicht verstanden habe, warum das jetzt eigentlich wirklich so genau ist, wie es ist, warum ist, passiert das hier eigentlich alles? Das erklärt der dir einfach nicht. Ja. Mir ist auch heute echt ein Stein vom Herzen gefallen, der Film ist aus, wo ich sitze so neben Melanie und denke mir so, ich habe den Film noch nicht verstanden und das Erste, was Melanie mich fragt ist, hast du verstanden, was das alles sollte? Ich dachte, Gott sei Dank, gib mir die Einzige. Deshalb meint ihr direkt am Tuscheln beim Abspannen, oh Mann. Ja, aber ich konnte es halt echt nicht glauben. Ich war halt irgendwie so, also, ich kann vielleicht hier auch nochmal sagen, ich mochte bei Jana den Ersten sehr, sehr gern und ich glaube, was für mich auch so der größte Punkt ist, ist halt, warum der für mich auch wieder tut mir leid so belanglos ist, tut mir leid für das Wort, aber ich finde beim Ersten, da hattest du so ein Thema und das finde ich eigentlich, das können sehr, sehr viele Disney-Filme eigentlich immer ganz gut und so ein Thema zu präsentieren, womit man sich am Ende des Tages, auch wenn das jetzt natürlich alles eine fiktive Geschichte ist, womit wir uns identifizieren können, so. Und bei Vajana war es dieses Thema von Angst vor dem Unbekannten und die überwinden, aus seiner Komfortzone rausgehen und irgendwie halt so die, ne, halt, so das Sicherheitsnest zu verlassen und sich halt auch gegen den stellen, was alle anderen immer machen, für das Wohl, so. Und hier hast du einfach gar nichts, so. Ich hab den Film halt geguckt und ich hatte am Ende nichts davon, also, was mich irgendwie, und ich will jetzt nicht sagen, dass Vajana mich irgendwie weitergebracht hat in meinem Leben jetzt so, aber ich meine halt einfach, es irgendwie am Ende sind das so Geschichten, die dich dann doch irgendwie inspirieren, von denen du irgendwie was hast, so. Und ich finde, das haben eigentlich die meisten besseren Disney-Filme. Und hier war das jetzt halt einfach so, ich hab's halt geguckt und es war für mich einfach so, es war, also da hab ich eben auch gemerkt, diese Serienessenz, es hat mir halt irgendwie, es fühlt sich halt an wie so ein Cartoon, der vielleicht mehr so im Fernsehen läuft, so wie eine SpongeBob-Folge. Content. Und nicht wie ein richtiger Film mit so einem richtigen, mit so einer richtigen, mit richtigen, ja, mit einem richtigen Plot, mit richtigen roten Fäden und sowas. Ja. Ja, und einer Charakterentwicklung wirklich auch. Ja, aber für mich hat auch schon, Entschuldigung, für mich hat auch schon der erste Teil, wie gesagt, ich hab den jetzt frisch gesehen und für mich schrie der überhaupt nicht nach Fortsetzung. Die haben dann halt am Ende, weiß ich nicht, ihre Identität als Seefahrernation wieder, die dann im zweiten Teil einfach völlig egal ist und daran merkt man halt auch wieder, sie müssen, das ist so ein bisschen wie bei Joker 2, sie müssen dann irgendwas resetten, weil sie ansonsten da in der Hinsicht gar nichts erzählen könnten. Ich möchte aber auch noch mal was erwähnen, was ein Kollege nach der PV gesagt hat, weil du jetzt auch gerade Identifikation ansprachst, Melanie. Der meinte nämlich, für ihn sei es ein Problem, also der hat auch mal so bei dem Volk um Vajana herum drauf geachtet, da sind schon wirklich sehr, sehr viele weibliche Figuren und du hast, also ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, Richtung progressiv oder was, aber man hat in dem ganzen Film keine einzige wirkliche männliche Identifikationsfigur. Also Maui repräsentiert einen ganz bestimmten Typos von Männlichkeit, der auch größtenteils dadurch lebt, dass die Rolle letzten Endes The Rock als Animationsfigur ist oder Dwayne Johnson und ja, die einzige andere Figur ist eine von der Crew, die ihn anhimmelt und ein Fanboy ist, also sprich genau diesem Männlichkeitsideal hinterher eifert und ansonsten hat man da nichts. Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie Boomer-like klingt bei mir von wegen, ach ja, ich brauche jetzt hier unbedingt eine Identifikationsfigur, aber da ist halt wirklich niemand. interessant oder sehe ich das jetzt zu eng? Ich denke gerade drüber nach, über andere Disney-Princess, in Anführungsstrichen, Filme. Also ich muss ja sagen, ich finde Vajana so, zumindest im ersten Teil, hat mich halt stark erinnert, auch an Ariel, an Merida natürlich, auch ein bisschen an Mulan, halt einfach dieses, so dass man sich auch so gegen die Obrigkeit wehrt und seinen eigenen Weg geht. Das machen, es gibt natürlich auch männliche Figuren, nicht nur Disney-Filme, die das machen. Ich verstehe den Punkt mit diesem, was du angesprochen hast, Dominik. Ich muss aber sagen, mir war es egal, weil ich finde halt, Vajana reicht mir als Identifikationsfigur dann zumindest aus, zumindest die, die mir angeboten wird. Ob ich sie annehme, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das mit Maui stimmt, Maui ist einfach The Rock und seien wir mal ehrlich, The Rock, das war mal echt ganz cool mit dem, aber er müsste jetzt echt mal wieder raus aus seiner Komfortzone. Da hoffe ich ja sehr auf diesen Benny Safety-Film Smashing Machine, der im Frühjahr kommt, wo er wirklich hoffentlich mehr wieder Schauspieler hat. Ich meine, The Rock in den 824-Filmen, ich bin gespannt. Ja. Aber, es ist, ja, wie gesagt, der Film bietet einem schon relativ wenig, was die Figuren angeht. Ich möchte aber gerade eben, weil Melanie es gerade gesagt hat und ich hatte gerade so einen Heurika-Moment, ich glaube ja, dass Vajana 2 näher an Spongebob ist, als wir glauben. Überleg mal, du hast diese Erfinderin, wie Sandy Cheeks, du hast diesen alten Mann, der nur an die Pflanzen denkt, Pflanzen mit Geld, Mr. Krabs. Du hast dieses komische Huhn, Patrick Star, ich meine es ja nur. Also, ich glaube, wir sind da auf der Spur. Gib mir noch ein paar Tage. Der grumpy Old Man ist dann eher Tadeus, oder? Dachte ich gerade auch. Ja, genau, Tadeus, den habe ich natürlich komplett vergessen, ja. Die Kappe ist Mr. Krabs. Ja. Ja. Das ist zu offensichtlich, Melanie, das ist doof. Und die unikomische Seehexe ist der fliegende Holländer, so ein bisschen, ne? Wann da auch. Oh, stimmt, stimmt. Die Großmutter ist doch rochen, das passt perfekt. Ist gestorben an dem Kitzel. Ja, ja, ja. Ja, okay, jetzt reicht's, ja. Also, ich fand die letzten Spongebob-Animationsfilme nicht so pralle, aber zumindest haben sie mehr in mir ausgelöst als Warjana 2, der mich halt ratlos zurückgelassen hat, gefolgt von einem Schulterzucken, gefolgt von einem, ja, dann geh ich jetzt mal nach Hause. Drum ging's nochmal. Ja. Ja. Obwohl, du, der dritte Spongebob-Film, stimmt, den haben wir sogar besprochen, der war echt nicht gut. Der war echt nicht gut. Ja, ja, das stimmt schon, aber, wie gesagt, Patrick Star ist mein Seelentier, was soll ich dagegen sagen? Und du hast, also, das ist so echt, Tadeus, also, das ist die beste Figur der Serie, aber irgendwie, das ist doch jetzt auch bezeichnend, oder? Dass wir jetzt wirklich die Analogie herstellen zu einer Nickelodeon-Serie, also, Obwohl ich eigentlich damit nichts gegen Spongebob sagen will. Spongebob ist, ey, ich guck mir lieber 100 Folgen Spongebob an, als, ja gut, Warjana tut jetzt nicht weh, aber, äh, also, den zweiten werd ich mir, glaub ich, nicht noch, vielleicht guck ich mir den ersten immer nochmal an, aber ich glaub den zweiten nicht nochmal, ja, aber, äh, ich glaube ja auch, ich glaube ja auch, weil du ja die so hintereinander geguckt hast, quasi, back to back kann man sagen, ich glaube, das tut den zweiten auch nicht gut. Ich glaube, wenn ich den ersten halt nochmal geguckt hätte, hätt ich ihn, glaub ich, ich hab ihn auch extra nicht geguckt. Ja, ja, und ich hab, ja, ja, also, ich, ich glaube halt, dass der erfolgreich wird, das ist auf jeden Fall, die Frage ist, wie erfolgreich, ob er jetzt wirklich, alles steht, Kopf 2, gefährlich wird, weiß ich nicht, aber doch, doch, ich, ich sehe die Milliardenmarke schon leicht bröselnder, muss ich ganz klar sagen, weil, wenn ich mir so angucke, die Werbung in den ganzen Kinos und die Vorbestellung und, ich meine, in den USA läuft jetzt auch am Thanksgiving Wochenende, was natürlich auch lukrativ ist, er hat Konkurrenz und ich glaube jetzt nicht, dass er ein All-Time-Box-Office-Record-Breaker wird, aber der wird schon erfolgreich genug werden und ich meine, es freut mich ja auf die Leute, die da arbeiten, ja, das sind ja auch nette Leute und die machen einen guten Job, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, es ist schon irgendwie traurig, dass dann sowas erfolgreich wird, ich meine, gut, das ist jetzt alles nur eine Prognose, wir wissen es nicht, aber ich glaube, also oder glaubt ihr, dass der ein Flop wird, also finanziell? Nee, kann ich mir vorstellen. Also ein Flop nicht, aber Dwayne Johnson hat nicht mehr die Zugkraft, die er 2016 noch hatte, ne? Ja, aber ich glaube, bei Vajana ist Dwayne Johnson auch nicht so unbedingt das große Ausgangsschild. was ich gerade sagen. Ja, gut, stimmt, also die Kinder gehen ja nicht unbedingt für The Rock. Ja, 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 die Leute sind eher genervt ein bisschen von Dwayne Johnson, also, ja, Moment, in dem Minecraft-Film ist er nicht drin, ne? Das ist Jason Momoa, der ist das nächste Modell, wobei, Jason Momoa mag ich sehr gerne, aber, der, oh, der, der wäre, der wäre doch eigentlich perfekt für Vajana gewesen, ne? Also, den können sie auch einfach so reinrendern, theoretisch. Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich relativ gut rausgestellt, dass wir eher etwas enttäuscht sind, aber vielleicht um das, bevor unser Fazit nochmal ein bisschen was Positives reinzubringen oder ein bisschen was Hoffnungsvolles, wir haben ja schon gesagt, es wird sehr, sehr wahrscheinlich einen dritten Teil geben und natürlich dieses Light-Action-Remake, aber das lassen wir mal außen vor. Dominik, was würdest du dir denn jetzt für einen dritten Vajana wünschen? Äh, wünsche ich mir überhaupt einen dritten Vajana. Gut, Melanie, was würdest du dir für einen dritten Vajana wünschen? Ich würde mir gerne mehr von dieser einen Figur angucken, also darum wird es ja auch wahrscheinlich gehen, äh, weil ich das ganz interessant eigentlich, also ich fand ihre Einführung eigentlich interessant, auch wenn ich es, ich finde es ein bisschen frech, dass sie eigentlich nur dafür benutzt wurde, äh, aber gut, naja, ich würde mir das vielleicht noch angucken, wenn ich das so sehen würde. Ja. Oder die bekommt eine eigene Spin-Off-Serie, ne? Ja, das kann, ich weiß ja nicht, entweder Film oder Serie, ne? Oh Gott, okay, ja. Ich für meinen Teil würde mir einfach ansehen wollen, wie dieses komische, dieser Tattoo-Maui auf seiner Brust einfach Maui an den Brustwarzen weiter rumspielt. Das war, das war, das war wirklich cool, das war wirklich cool, ja. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, es gab ein paar eigentlich ganz gute Witze auch. Ja. Ja. Ja, aber ich finde, ich fand den, ersten Teil besser vom Humor irgendwie. Ja, ich auch. Ja, ganz klar. Ganz klar. Ja, da war das noch vielleicht ein bisschen frischer, ne? Weil, weil ich muss sagen, ich war ja, äh, doch ein bisschen neugierig auf den, äh, weil dieses Setting an sich hat ja sogar Potenzial, wenn man dann jetzt halt mal ausblendet, wie, äh, progressiv das alles dargestellt wird, weil, naja, also Frauen dürften nicht so den höchsten Stellenwert gehabt haben. Ich meine, das ist ja polynesische Antike letzten Endes irgendwo fast noch. Ähm, aber, äh, ja, dahingehend, also ich, ich weiß nicht, wenn, wenn, dann hätten sie irgendwie auch ein bisschen mehr so in, in eine mystische Richtung irgendwie gehen können, ne? Äh, da wäre ja eigentlich Potenzial gewesen, auch schon beim ersten Teil, aber ja gut, also der erste Teil hat mich auch nicht so gepackt, aber ich muss sagen, ich finde den zweiten jetzt nicht wesentlich schlechter, und er hat für mich, also für mich persönlich hat er tatsächlich die kreativere Inszenierung, was ihn aber leider nicht, nicht rettet vor der erstaunlichen Beliebigkeit einfach. War das jetzt sowas wie dein Fazit? Ja, eigentlich schon. ja. Gut, Melanie, dann bitte dein Fazit. Ich beschreibe es so, hätte ich mir ein Kinoticket gekauft, wäre ich rausgekommen, hätte gedacht, Mann, hätte ich doch lieber gewartet, bis er auf den Streamer gekommen wäre. Okay. Okay. Oh, Blassfilter. Ja, kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen, also, ja, war es das? Ja. Ich, es tut weh, aber es ist die Wahrheit. Okay. Ja. Ja, ich, er hat mir nicht wehgetan, das auf gar keinen Fall, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Filme mich so ein bisschen emotionslos zurücklassen. Ja, total. Und das hat er, mit das Schlimmste eigentlich. Er hat es nicht geschafft, mich aufzuregen, er hat es nicht geschafft, mich zu begeistern, es war mir meistens ziemlich egal. Ich mache mir letztlich halt mehr Gedanken über so Sachen, über die wirtschaftlichen Fragen des Films, als über seine künstlerische Seite. Das ist auch ein Zeichen für mich, dass der mich einfach nicht bekommen hat. Und der wird es im Publikum finden, aber ich finde, dass es schon sehr ersichtlich ist, dass sie hier so zwanghaft versuchen, dem Erfolg des ersten Teils nachzujagen, dass sie komplett vergessen, die Fortsetzung mit Esprit und einer wirklichen Ambition auszustatten. Das ginge noch furchtbarer, das ist, der tut nicht weh, aber, ja, Melanie hat es kurz zusammengefasst, wenn ich mir Geld ausgegeben hätte, hätte ich mir auch gedacht, oh Gott, hätte ich drei Monate gewartet, hätte ich dem sonstigen können, aber das ist nicht bloß. Ja, das, also das wäre mir echt zu schade gewesen. Ja, ja. Kann ich noch zum Schluss den für mich besten Gag zum Besten geben? Ja. Ihr habt ja den Abspann gesehen. Ja. Und es gibt ja diese kleine Schwester von Vajana. Ist euch der Name vielleicht im Abspann aufgefallen? Mir jedenfalls schon in der IMDb. Die junge Dame, die die vertont, heißt mit Vornamen nämlich, das ist kein Witz, Khaleesi. Und ja, das ist tatsächlich eines der Kinder, die damit gestraft wurden, nach Daenerys Targaryen benannt zu sein. Und wenn sie, wenn sie wenigstens nach Daenerys benannt worden wäre, weil Khaleesi, jetzt mal ehrlich, das heißt einfach nur Königin. Ja, also da kann ich mein Kind auch Ayatollah nennen. Also ja, das, das musste mal gesagt werden. Aber ich fand das irgendwie drollig, dass das hier tatsächlich auftauchte. Und diese, immerhin diese Eltern haben nach dem Game of Thrones Finale ihr Kind nicht versucht, äh, umzutaufen. Oder es hat nicht geklappt, eins von beiden. Ich find's aber schon edel. Den Namen? Ja, an sich, aber dadurch, dass du's halt immer in den Kontext von Game of Thrones stellst, irgendwie wieder schwierig. Ja, es heißt halt, also mal abgesehen davon, dass es eigentlich Khaleesi ausgesprochen wird, das ist Kählaut. Die sagen ja auch Kral zum Beispiel, also jetzt Kaldrogo. Aber es ist nun mal einfach doof. Also dann kannst du dein Kind auch bald Apfel nennen. Ja gut, hat Gwyneth Portrow auch gemacht. Aber ja gut, das führt jetzt zu weit. Aber, also das war für mich wirklich der mit Abstand beste Gag des Films. Und ich hab ihn leider auch noch verpasst, weil ich, mir fiel's dann ein und dann, ich fand nicht mehr in den Bart. Aber das ist kein beabsichtigter Gag vom Film. Das sollte man sagen. Nein, aber ich fand's auch patrolich. Ich würde mein Kind grauer Wurm nehmen. Das möchte ich nur anmerken. So. Gut, also, ich würde sagen, wir haben den Endpunkt unserer War I, I, II-Besprechung erreicht und wir haben während der Besprechung über Game of Thrones und Spongebob geredet. Was sagt das also über Bayana 2 aus? Das könnt ihr euch jetzt selbst Gedanken machen. Könnt uns das gerne auch dann eure Gedanken erlassen in den Kommentaren. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Denkt dran, wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de Wir sind auch auf Discord, haben einen ganz hervorragenden Community-Server. Da könnt ihr auch mal den Shownost gucken, da findet ihr uns. Wir sind auch auf Instagram. Die Melanie hat einen ganz, 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 ganz tollen YouTube-Kanal. Melanie Carly. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Da gibt's Retro-Kritiken, aber auch aktuelle Kritiken. Machst du auch was zu Bayana 2? Äh, äh, ne. Nur beim Tele-Stammtisch. Die exklusive Meinung von Melanie Carly. Bam, in your face. Jackpot. Ja. Richtig gut. Dominik, gibt's dich doch irgendwo anders? Oder gibt's dich nur hier? Äh, momentan gibt es mich nur hier. Allerdings, äh, bin ich demnächst zu Gast beim Podcast Fans About Films, wo ich mit dem, äh, lieben Kollegen Lasse Vogt, äh, nach den Rings of Power Recaps, die wir ja hier beim Tele-Stammtisch gemacht haben, äh, äh, ein Audio-Kommentar, äh, äh, Ende der Woche aufnehmen werde zu, äh, Herr der Ringe, die zwei Türme in der Extended Edition. Vier Stunden, Mittelerde-Schnack und, äh, Nerd-Gesabbel. Freut euch drauf. Ansonsten alle anderen, äh, guckt Game of Thrones. Möge Gott unsere Armen selig gnädig sein. Alles klar. Gut, dann sind wir hier mit durch. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und, äh, dann sagt der Dominik Tschüss und der Melanie gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.